Auf der Spur! Harps, jede Linie soll genau gleich lang sein. Danke, Scootio. Ich versuch's. Oh, wir brauchen eine neue Linie hier bei der Badsteinkante. Ich weiß, ich könnte den Maltrupp anführen. Ich weiß immer, wo die Linien hin sollen. Ich glaub noch nicht ganz, Scootio. Aber du könntest helfen, die Farbe zu mischen. Aber ich weiß doch genau, wie es geht. Also jemand muss die Steinchen von der Straße fliegen. Tu doch einfach so, als wär's spannend. Wow. Hey, Scootio, kommst du bitte zur Schule? Wir brauchen dich. Also gut, ich komm dann später zurück. Oh. Hey, Scootio. Was ist los mit euch? Was los ist? Was los ist? Wartet. Was ist los? Bin gerade erst gekommen. Wow, die Strecke ist ja nagelneu. Ja, sie wurde ausgebessert. Aber es fehlen noch die weißen Linien. Hey, Ricky. Morgen ist doch das große 10 Runden-Wett drin, oder nicht? Ich fürchte, das wird ausfallen, so wie es aussieht. Und das ganze Training war umsonst. Ich hätte gewinnen können. Hey. Ich hab die beste Idee aller Zeiten. Ich kann das, ich kann das. Ich kann eine Maltruppe anführen. Das ist eine Straße, keine ganz echte. Und ich weiß, dass ich's echt gut kann. Und bitte sag ja. Ich kann das ganz ehrlich, wirklich. Wir werden es wohl mit dem Malen erst in einigen Tagen schaffen. Vielleicht könntest du's doch tun. Warum? Oh, danke, Mama. Ich fang sofort an. Oh, nicht so schnell. Wer geholt zu deinem Maltrupp? Teea, ich weiß nicht. Ich glaube, sie würden gern helfen. Also gut. Ricky, Loop, ihr zwei zu dieser Hauptwagen. Bitte, 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 seid vorsichtig. Verstanden. Meine Mutter sagte, ich muss aufpassen. Also hab ich die Verantwortung. Ha, wir werden nicht ein Zehner machen. Oh, das zählt nicht als Fehler. Bin schon da. Ah, hey, hey. Ups, zählt das als Fehler? Kommt, Leute, jetzt mal im Ernst. Also gut, Scootio. Was machen wir zuerst? Als erstes prüfe ich die ganze Strecke. Zoom, Cam, los. 1-2-3-mal. 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 Ja, super Spur. Los, wir schaffen das. 1-2-3-mal. 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 Und das war's. Warum? Wir sind fertig. Wow. Das sieht besser als vorher aus. Ja. Und das war toll. Los, putzen wir sie wieder weg. Auf keinen Fall. Ich fahr jetzt los und hol Mama. Dann kann sie sehen. Warte auf uns. Wir bringen erst noch die Fahrbahn weg. Warte auf uns, Scootio. Juhu. Sogar beim Ziehen eines Fahrwagens. Wird man gehen. Ich zeig dir, wer hier geloopt wird. Wow. Wow. Hey. Wow. Wow. Juhu. 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 Los jetzt, Buddies. Vereilt euch, wir sind fast da. Oh nein, sofort anhalten. Was ist denn das Gute, Jo? Na, das sieht wohl als schlimmer Fehler. Wartet, da kommt jemand. Den Spuren folgen. Ich weiß ja nicht, wieso jemand so einen riesigen Eiswürfel braucht. Aber er wird ihn schon brauchen. Hey, war ich hier nicht gerade? Es passiert schon wieder. Ist schon gut. Wir kriegen das wieder hin, bevor sich noch andere fangen. Und hier komme ich wieder. Das ist eine kleine Zauberspur. Sie geht weiter und weiter. Dann fließt du mich, Zauberspur. Oh, meine Mama und mein Papa lassen mich das niemals wieder machen. Wachtmeister kommt gefahren. Räumt die Straße bitte. Wachtmeister Blinker. Warten Sie, die Spuren. Jo, ich folge den Spuren. Es ist meine Pflicht, die Regeln zu befolgen. Und es ist meine Pflicht, diesen Eiswürfel auszuliefern. Und das werde ich auch tun. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kuh 12. Wachtmeister sitzt fest. Oh. Ich helfe, Wachtmeister Blinker. Oh. 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 Das ist alles meine Schuld. Nein, ist das nicht. Lupe und ich haben die ganze Straße voll gemalt. Jedes Mal, wenn irgendwas voll gemalt ist, war es wahrscheinlich ich. Ja, aber ich sollte aufpassen. Ich hätte dafür sorgen sollen, dass ihr zwei vorsichtig seid. Ich wollte meine Eltern stolz machen. Naja, ich denke aber nicht, dass du immer alles richtig machen musst. Es bedeutet, dass man, wenn was falsch läuft, dafür gerade steht. Egal was kommt. Wir schaffen das nämlich ohne dich nicht. Gut, du hast recht. Verruf zum Chemio. Ich weiß nicht, wo die Spuren mal waren, aber ich weiß, wie wir das Problem lösen. Rikki, hilfst du Wachsmeister Blinker? Na klar, mal truppschäffelnd. Komm, DJ, folgt mir. DJ, schrubb die Linien weg. Lupe, zieh eine neue Linie von genau hier. Was soll das werden? Da war doch vorher keine Linie. Ich weiß. Vertrau mir. Bereit? Und mal! 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. Wachtmeister Blinker, kann ich helfen? Ach, ich weiß nicht, Rikki. Es ist ein Code 14. Wachtmeister sitzt wirklich schlimm fest. Aber lass mich nachdenken. Vielleicht ist es ein Code 54 oder ein Code 56. Gibt es auch ein Code für Rikki-Code zur Rettung? Top-Check! Spoiler raus! Wuppern sich! Den will Rikki! Rettungsarten los! Rettungsarten ziehen! Rettungsarten ziehen! Fest! Code 14, nein, Code 13! Gleich jetzt, Code 12! Fest geschafft! Wow, Code neu! Wachtmeister ist wieder im Dienst. So, das sollte gehen. Seht ihr, das ist ein Kreisverkehr. Danke, Rikki. Alle für ein und zwei für alle, Wachtmeister Blinker. Hey, Held! Vorsicht, junger Spike. Wir wollen doch nicht noch mehr Unfälle. Hä? Ja, das ist viel besser. Ausgezeichnete Arbeit, Scootio. Danke, Wachtmeister Blinker. Mama! Hopps! Wir haben Ihren Notruf gehört, Wachtmeister Blinker. Eigentlich haben Notfälle etwas mehr von Notfall. Streichen Sie den Notruf, Hank und Herren. Ihr Sohn Rikki hier hat ihn gelöst. Ich wollte nur helfen. Und habt ihr gesehen, was Scootio gemacht hat? Oh, wow. Der eckige Kreisverkehr hat an der Kreuzung endlich keine Ecken mehr. Was für ein super Kreisverkehr. Wir hatten ein kleines Problem. Eigentlich ein Riesenproblem. So wie es aussieht, hast du es gelöst. Das hast du wirklich super toll hinbekommen. Wie eine große. Ehrlich? Vielleicht kannst du ab nun die Mal-Trupp-Chefin für uns sein. Und ich helfe. Ich auch. Und ich. Kommt schon, Leute. Testen wir mal die neue Strache. Und los geht's. Ich weiß nicht. Ich brauche eine Pause. Groß zu werden ist schwer. Ich denke, ich hebe mir das auf, bis ich erwachsen bin. Komm ab. Wart. 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 Untertitelung des ZDF, 2020